das ging schnell wo bleibt er denn ach da ist er ja endlich hast du ein thermometer sarah das ist ja blöd für dich finde einen raum unter 10 grad lassen sie ein teammitglied zeuge werden bewegungssensor david davis alleine david davis 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 und massel davis massel david 1 und 1 ja er macht jetzt hallo marsl davis so wir sind von vodafone wir kommen jetzt rein nein wir sind von telekom Und kommen jetzt rein Ja, okay Marcel Davils Ist schon ein Freak, dass der so ein kleines Haus hat Und ein Safe in so einem kleinen Schränkchen Oder in einem kleinen Raum Machen wir eigentlich die Sachen dann auch aus Ähm, nö, aber ich lass immer das Termometer im Eingangsbereich droppen Kannst du mir, Bitches Ich hab den Raum gefunden Mein Thermometer hab ich reingelegt In den Eingangsbereich, damit ihr nicht seht, wo der Raum ist Äh, jetzt haben wir einen Schein dabei Das ist natürlich unangenehm Wo bist du? Ich bin bereit Hast du was gehört? Zeig dich Zeig dich Wo bist du? Zeig dich Okay, gibt's hier auch irgendwo einen Knopf Schein wir sind Schein wir sind gerade mitten in der Runde Ich, äh, sag dir dann gleich Bescheid Wo ist der Knoche? Schreib ins Buch Was? Also wäre noch nicht so gut Nee, du? Ja Wir hatten hier das Buch so assi versteckt Ich weiß nicht wer Wenn ich mich selber Ja Ich glaube, ich bin bereit Ich glaube, ich bin bereit schreib ins buch schreib ins buch das ist nirgends zu sehen nirgends zu sehen den kannst du auch hier auf fotografieren schreib ins buch und wie viele beweise habt ihr so bisher ja die habe ich auch nicht so nett unfreundlich würde ich sagen unfreundlich ich bin fertig ratte wegen meinem beweis save ne doch nicht dito easy snack habe schon ein foto gemacht hast du schon? ja ja wir haben die alternativen ziele aber noch was ist da noch? geiste events und bewegungssensor der ist schon einer angebrachten bewegungssensor ist schon drin ok ist jetzt noch abgehakt ich brauche nur noch geister event ok und jemand braucht noch die letzte dings echt? ok wollen wir geister event machen oder was? ja gut komm alle rein ihr nehmt noch mal sanity pillen ihr beiden jeweils ein und seid mir so ein bisschen mal knapp bei 100 alle und dann noch mal rein bisschen ärger machen hier ihr könnt ja kerze mitnehmen und bloody mary sagen oder so habt ihr kerze dabei alles gut blöde mary zeig dich wo ist ein bad da ist ein bad hier bin ich gestorben ich kenn das bad sehr gut bloody mary bloody mary bloody mary da marcel davidson oder so david davidson david davis davis david is marcel davis wo bist du? zeig und zeig uns deine anwesenheit das ist noch wo er ist hat er licht angemacht oder ihr? genau wo bist du? ich hab licht angemacht um den abzufacken ah ok genau ich versuch grad den nebenraum mal das licht anzumachen um den richtig auf den zeiger zu gehen richtig stromverschwendung war geil ey oha da hat er die sicherung raus gehauen da hau ich dir gleich wieder rein das hat er davon ich mach dir jetzt wieder rein ey ich glaub suckt aber ist das schon ein geist event gewesen vielleicht? ich glaub ich mach dir hier rein ich glaub ich mach gar nix so hat er Pech gehabt ich hab wieder rein gemacht der hat nen pool der hat nen pool richtig krasser typ ey läuft bei ihm richtig krasser pool deal der hat dich schon wieder raus gehauen keine sorge ich war schon im raum hab sie wieder angemacht von dem lass ich mir da nix gefallen hier ich auch net ey ich glaub suckt habt ihr im keller licht angemacht? bloody mary bloody mary bloody mary bloody mary bloody mary bloody mary david davis david davis david davis david davis das hat das drei mal in voll gesagt hardcore sag doch mal elizabeth mit ey mach denn jetzt nicht aus ja ich bin unterwegs ich bin unterwegs ich glaub zack dir alles hast du noch nicht erlebt wir gehen hier erst raus wenn er da tot ist Alter Alter bist du hier irgendwo Alter bist du hier irgendwo Basta Hä? was denn? der eine lichtschalter geht ne ich hab ein bisschen kaputt gemacht scheinbar ja der eine geht immer nicht so an ja was ein trottel ey hat er bestimmt scheiße verkabelt der honk was kannst du eigentlich david davis 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 oh nein er hat schon wieder ausgemacht und wie oh leih ich glaub ich sag ich bin auf dem weg zeig dich der marco kein licht ey was hast du für foto gemacht junge geht sich gar nix an vom süßen hasen oh ich zeig dir auch immer nen richtigen hasen hin 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 Mach bitte das Wasser dreckig Mit dem kleinen Schlingel Nee, Disco Disco, Disco Oh, hat er hier die Bilder runtergeholt von der Wand Immerhin eine Sache, die er kann Also jetzt reicht's aber Jetzt wird er wüten Hier, David, Davis, das würde sich nett machen, der wird wüten Hab'n Flausch Hab's wieder reingemacht Kill Hier, den kannst du kill Wo bist du? Ich weiß nicht, ist dir schon irgendwas passiert? Ja, Fernsehsagegang, das zählt, glaub ich, oder? Nee, den hab ich angemacht Ach, gucken wir mal, ob's gezählt hat Geister-Event ist abgehakt Habt ihr gesehen, wie cool ich das gemacht hab? So, habt ihr das Richtige ausgewählt am Ende Dann können wir gehen Ich hab das Stativ in die Decke integriert Jawohl, richtig Tschüss Jawohl Jawohl Bei euch das Licht in die Decke integriert Dann haben wir das nicht so, wie gut ein paar passenden Ich kann das nicht so, wie gut Ich kann das nicht so, wie gut Vielen Dank.